Ja, hallo, herzlich willkommen an Bord. Euer GamerTV Marvin. Ich bin gerade in Eurotrass Simulator 2 unterwegs. Ja, dann können wir jetzt gleich anfangen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, dann fahren wir mal los. Ja, wie ist denn unser Wetter? Heute. Das Wetter ist heute wohl schön. Noch kein Regen. Ja, wohin fahren wir denn mal heute? Wir fahren Richtung Rotterdam. Wir fahren nach Rotterdam. Mit unserer Fracht Kupferdachrinnen 8 Tonnen. Und was habt ihr so noch gemacht am Wochenende? Schreibt es doch mal einfach unter die Kommentare, was ihr so gemacht habt. Das wird mir wohl interessieren. Ja. Ja, ich habe am Wochenende nicht viel gemacht. Ich habe noch ein Video rausgebracht von Killing Floor 2. Also, am Wochenende habe ich nicht so viel gemacht. Und ihr so? Habt ihr am Wochenende viel gemacht? Ja, ich hab schon mal gehört. Ja, ich hab chairman. Amen. Okay, wir sind die gleiche. Abonnieren. Wir sind dann noch eine Hölle. Wir sind dann noch ein paar Halt. Die sind so schwer, das geht. Also, wir sind dann noch so schwer. Weil wir sind da. Ja, unsere Auftragsvergütung Die Leistungen sind heute 3.465 Euro Für den Auftrag kann man dazu nichts sagen Also für den Auftrag ist es schon gutes Geld Im Spiel Im Spiel regnet es jetzt schon die ganze Zeit Ja, dann müssen wir mal warten hier Bis der LKW vor mir fährt Bis der LKW vor mir fährt Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ja, ich muss noch über eine Stunde fahren. Ja, und heute kommt hier auch noch Fußball heute an. Das werde ich auf jeden Fall gucken. Und ihr? Heute kommt das Endspiel. Chile gegen Deutschland kommt heute an. Das wird richtig, richtig spannend heute Abend. Und dann... Okay. 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 Also. Okay. Okay. Wie auch. Ich weiß. Okay. Ja, das Ziel kommt immer näher. Niederlande. Niederlande. Ja, ich spiele das mit der Tastatur. Guckt euch mal die Landschaften an. Die sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ich spiele das mit der Tastatur. Ja, es wäre sehr, sehr nett von euch da draußen, wenn ihr mich unterstützen könnt, mit einem Abo und einem Daumen hoch. Das wäre echt nett von euch. Euer GamerTV Marvin. Ja, da bin ich jetzt gleich schon am Ziel angekommen. Und ja, das war's dann für heute erstmal. Dann wünsche ich euch allen da draußen noch einen schönen Sonntag und einen Sonntagabend. Und ja, wenn ich angekommen bin und eingepackt habt, dann war's das für heute erstmal. Bye. ja so da muss ich jetzt rückwärts reinfahren also rückwärts parken dann machen wir das mal eben so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, eingepackt habe ich auch. Das war es dann für heute erstmal. Euch da draußen noch einen schönen Sonntag und einen Sonntagabend. Und ja, wir sehen uns wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao. Euer GamerTV Marvin. Ciao.